Major McKinley, 3. Bataillon, meldet Großangriff der Japaner. Sie reifen nicht wie üblich an, sie kommen in riesigen Welten. Allein sind wir hilflos. Wo sind die amerikanischen Kriegsschiffe? Abgeschnitten im Dschungel. Es ist lebenswichtig, dass du die Widerstandsbewegung organisierst. Beginnt ein ungleicher Kampf. Könnt ihr auch schießen? Oder habt ihr nur eure Buschmesser? Es wird nicht leicht sein. Anthony Quinn und John Wayne. Der Krieg verschont niemand. Stahlgewitter. Auf das Vierte.